So, okay, dann guck mal, warte, so, jetzt kannst du auswählen, die andere muss man bestimmt freischalten, ja, ich nehme einfach die, Hautfarbe noch, oh, blau, gelb, wie bei South Park, die Schwierigkeit, ja, Schwierigkeit, super, so, also, wie es funktioniert, ich habe absolut keine Ahnung, ich weiß, dass das halt, ja, das, egal, wie du willst, die ersten zwei oder so, Okay, 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 please wait, please wait, wie machen wir jetzt weiter, das Ding ist, ich kann, achso, ich kann meinen Charakter schon steuern, ja, kann ich jetzt auch springen, ah ja, okay, Okay, aha, warte mal, kannst du nicht Start drücken oder sowas, ne, ne, musst du warten, bis ich erst fertig bin, oder was, scheinbar, also ich habe alle passend gedrückt, ja, 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 gut, dann lass mich mal ans Wende spielen, dann, Was, achso, ein Items, ah, jetzt habe ich ein Double Jump, oh, das ist so ein 90er Style, ich liebe es, diese Töne, ey, so geil, diese Sprungklonen, ey, Äh, das lässt du nichtandsten drin, Hä, haltens, du dich dann lassen können aka Şah Gute Was? We can shoot an enemy to capture it. We have got more to create. Beim shot? Muss er denn nicht shoot? Ach so, ich muss den voll schießen. WTF, Alter? Ah. Ach so, jetzt ist der Ball einfach eine größere Weichwerte. Ah, jetzt ist noch eine größere Weichwerte. Ja. Du kannst eine Pizza einsammeln. Was? Du kannst eine Pizza einsammeln. Mit Pizza, was? Ja, du kannst eine Pizza einsammeln. Ja, hab ich nicht gesehen. Gut, die Ball, bis ich die Power getrenne. Gut. Gut. Und jetzt? Gut. Gut. Ich habe schon ein Enemy, den Slammert, aber nicht, äh, ride the Ball. Ah, ich kann den auch. das ist gut ich muss den ersten brot machen wie komme ich da hoch ich habe Warte, wir nicht. Was geht's hier? Was? Nee. Ha. Ganz toll, als habe ich das Training gespielt und du nicht. Aber du bist jetzt da, du bist der Hauptwache. Okay, dann besiegen wir halt die Gegner. Was heißt es springen? Was? Will ich auch gleich springen? Jaja, ja, ja. Ich bin dann sinnlos reingerannt. Huah! Ja, ja. Mal gucken, was die nächsten Gegner können. Oh scheiße, ich bin wieder reingelaufen, alter. Boah! Oh, jetzt schreien wir was? Ja, ja, das macht, äh... Das macht an die... Oh Gott, was ist das denn für eine Scheiße? Ja. So, Vorsicht, ne? Ja, genau. Ja, so geht's auch. Okay. Egal, wir haben es noch, noch einer. He, du Wichser. He. He. Ja, das macht Damage, ne? Oder? Also, ich habe noch meine vollen Leben. Ja, aber ich nicht. He. Oh scheiße. die macht das jetzt der mensch oder nicht wenn wir in dem ball landen mich wundert es halt wenn man da halt so ne anscheinend nicht würd ich ja sterben mich wundert es ja dass wir so blinken weißt du was ich meine ich bin halt auch dran gewohnt dass ich was okay müssen wir gleich noch mal machen ist das kackt oder was weitergehen ach so ich kann mir dabei sein kein moment machen wir zum start drücken kann ich selber kurz gucken Okay, wir können weitermachen. Baaah! Intimierte Bastard. Bam. Ah, guck dir das an. Ah, wie schön die hier gecleared werden. Wunderbärchen. Ähm. Was? Don't beat any enemy to get a bonus. Hä? Ja, von mir aus. Dann gehen wir einfach, wir gehen einfach hoch. Warte. Jetzt. Was? Wo bin ich jetzt? Achso, okay, ich bin bei dir. Ja! Ey, das ist sehr unfair, ich kann nicht so hoch springen. Ja, ich auch nicht. So, jetzt geht's. Ne, wir müssen auf die warten. Jetzt, jetzt, jetzt. Nice. Perfekt. Perfekt, doch. Kommt jetzt ein Boss? Ne, ach, schade. Oh, doch. Ja, wusste ich nicht. Keine Ahnung. Warte mal, vielleicht von oben. Warte, jetzt macht er, glaub ich, in die Mitte? Ne, hä? Oh, scheiße, er ist hochgesprungen. Warte mal, ich mach... Ich mach mal die Gegner unten kaputt. Damit wir nicht irgendwie keinen Stress gegen dich haben. Oh Gott. Äh, ich bin bescheuert. Was soll ich denn schlagen nochmal? War das nicht die gleiche Taste? Oh, ich bin tot. Ah, okay, es hat funktioniert. Nice, 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 nice. Schlag mich nochmal. Du kannst meine Bälle eigentlich auch schlagen. Ich wollte mit dir hin. Was? Oh Gott, ich bin einfach reingelaufen. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Ja, ich bin schade. Ja, ich bin schade. So, bam. Das hat so halb funktioniert. Kommt da was? Ja, ah! Ah, scheiße. Die sind auf mich zugerollt. Jetzt sind wir schon. Soll ich jetzt discord irgendwie ohne. Oh mein Gott, Alter. Wie hat die da rausfloppt, ey. Scheiße, sind das viele. Cock. Sehr gut. Bäm. So, ich krieg hier die unten. Oh mein Gott, wirklich? Haben wir den? Endlich. Meine Fasse. Danke dort. So, jetzt müssen wir hier da oben helfen. Achso. So, jetzt müssen wir hier da oben helfen. Was schon. Nice. Kannst du die Japaner, die die ganze Zeit sagt, I want my cock? Nee. Däh, scheiße. Oh, fuck. Die erzählt so, wie man im Hupzeug so Sachen stellt. Also eine Cola quasi. Ja. Und die sagt so, I want the cola. Cola. Und dann meinte sie so. Aber auf einen Scheiß ist das nicht Cola, sondern das ist halt Coke. Coke. Und die sagt dann, und die hat halt ihren Akzent. Die sagt dann, statt Coke sagt sie, Coke. I want the cock. Ich sag sie dann. Ey, jetzt bin ich wieder tot. Oh, warte mal was. Ah, jetzt kann ich es auslösen. Nice. Habe ich das jetzt immer noch? Ja. Okay, nice. Ich hab auch meine, meine Power verloren. Oh, oh Gott. Ich bin hochgesprungen. So so bad. Warte mal. Ach, du hast Minen oder was? Ja. Gar nix. Warte mal, ich geh mal hier hin. Scheiße. Wollte ich gar nicht. Aber egal. Was sind das für Viecher? Du scheiße, du scheiße. Na? So? Hä? Ah, ich hab ja meine Upgrade verloren. Okay. Scheiße. Ich hab ja meine Upgrade verloren. Ist da noch einer? Nee. Okay, nice. Eine Animation nach oben, ey. Heute ist das ja voll leicht. Ja, gucken wir mal. Wir sind schon ein paar Mal gestorben. Also ich zumindest. Ja, aber du wirst ja quasi dann wiederbelebt mit zwei Leben, weißt du? Ja. Na, das soll jetzt auch kein schweres Game sein, ne? Ist ja einfach ein Arcade. Oh mein Gott. Einfach ein Arcade-Game. Oh, was? Lul. Warte mal, wir können auch so hier machen. Ja. Und KMS. Nice. So, was? Wie gegen das denn jetzt? Was hab ich jetzt Long Range? Ah ja. Das ist eine sehr große Beispiele jetzt. Hey, da bekommt ja gar kein Damage. Oh mein Gott. Hä? Kannst du wieder Start drücken, ne? Nee, kann ich nicht. Ach so, hä? Game over. Hä? Was? Echt? Ich hab wirklich schon alle Leben verbraucht, ey. Hä? Ich kann ja nicht deine Leben verbrauchen, hä? Ja, eigentlich schon. Vielleicht haben wir ja ein gemeinsames... Ach so. Da siehst du wieder im Credits, glaub ich. So ist das also. Hä? Wie, das macht Damage? Ich dachte, ich muss da rein. Egal. Ja, ja. Ich werd schon schnell verkacken. Sorry, no credits left. Was? Was meinst du? Ich hab gesagt, ich werd eh schnell verkacken. Ich mach stark davon aus. Was? Uaah. 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 Don't beat an enemy, verdammt. Ne, das bringt mich nichts. Ach so, ich muss da hin. So, was ist jetzt hier? Was stehen da für Viecher? Ist das jetzt ein Boss oder was? Ich habe ja nur noch ein Leben. Ich lache. Du, what? Direkt stoppen. Sorry, no credits left. Na ja, und jetzt? Warum kann ich nicht? Ja, ja, aber... Ach so, jetzt. Okay. Game over. Wollen wir einen anderen Modus probieren? Ja. Nehmen wir mal grün. So, was haben wir? Wir haben Arcade gespielt, ne? Dann spüren wir mal Tor. Hä? Haben wir jetzt wieder Storytel? Anscheinend. Oder haben... Ne. Haben wir vor Arcade gespielt oder nicht? Ja, wir haben vor Arcade gespielt. Ach so. Komisch. Wieso kriege ich jetzt wieder das Training? Na ja, egal. Wieso hier den Lieblingspart spielen, Michi? Oh scheiße. Lass ich dir das schieben. Ich erinnere mich übelst an Chip and Dale. Ey, das war so ein geiles Game. War auch richtig schwer, ne? Wie die damalige Verhältnisse. Vor allem als Kind. Oder Lion King, Alter. Lion King war brutal schwer. Welche Löwen? Hm. Da könntest du halt den Simba spielen. Okay. Kann ich das Scheiße voll nicht überspringen? Sieht nicht so aus. Oh. Oder doch. Da. Ja, Südamerika. Let's go. Das ist okay. Ja, wo ist der Unterschied? Hä? Kannst du gar nicht joinen? Ja, du bist alleine. Kannst gar nicht joinen oder was? Nee. Hast du von deinem Charakter ausgequält? Ja. Ich hab glaube ich meinen vergessen auszuwählen. Das kann sein, weil ich schnell gedrückt hab. Jetzt. Oh, wir haben nur einen Charakter. Ja, die Alte, die wir vorher gefordert haben. Hm? Ah ja, stimmt. Aber das macht Sinn. Was ist Bord? Go, 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 Go! Let's go! Dubring mal vor! Go! Geئnt sein. Geئnt sein! Die Level sind gleich oder was? Hatten wir nicht auch das letzte Mal Südamerika gespielt? Ähm! Okay. Ja. Ah mein Gott. Hochst disciple. nuestro emotional Ghirl. Oh nein! Und jetzt müssen wir einmal hoch pancakes Cola. Alter, was? Direkt fail? Okay, siehste, jetzt ist es nicht mehr so einfach mit 10.000 Leben, ne? Sehr gut. Oh, scheiße, das Eis ist weg. Okay. Ja, nee, next stage, genau. Nee, links, links, links. Genau. Nein! Oh mein Gott, war das schlecht. Na, indem er unter dir war und dann hochgesprungen ist. Das ist ein Fake. Michi, easy, easy. Ich wusste nicht, dass die Bots hier cheaten können. Ja. Nein, können sie cheaten. Ja, sehr gut. Dankeschön. Nimm den Käse. Einstirn nur. Eieieiei. Ja, bestimmt, wenn ich getroffen bin. Geh weg. Leute, hast du ihn? Hast du ihn? Okay. Da ist er. Alles gut. Okay, never mind. Bam. Er wollte einfach weiter. Null Sterne? Was? Haben wir jetzt echt bekommen, ja? Ja. Sterne, ja, nice. Was weiß, null Sterne. Ach, null. Ich hab fünf verstanden. Es gibt nur höchstens zwei. Ja, das ist natürlich ein Lack, ne? Null Sterne, echt? Nice. Nice. Man will ja nicht hier over-tiefer sein, ne? Ich glaub, das ist, weil wir du auch nicht treffen, oder so. Also, wenn man vielleicht weniger Bälle... Ja, jedes Ding. Passt. Ja, ahnuck, ich weiß. Dann weiß es. No bonus. No bonus. Stage time. Vielleicht auch... Vielleicht auch wegen der Zeit abhängig, also wie... Wie lange wir da verbrauchen, oder so. Ja, da geht's ja fast gar nicht mehr. Ja, stimmt. Das geht... Guck mal, wenn du... Wenn du ganz nach... Oh, du hast mich, glaub ich, gerade das ist nice. Aber wenn du ganz nach oben gehst und einen machst, dann kannst du theoretisch alle gleichzeitig machen. Weißt du, was ich meine? Oh, sche... Okay. Das war kacke. Ja! Erst mal die große Presse haben und dann genau durch die gleiche Tacke sterben wie ich. Okay, jetzt. Okay, den hab ich. Okay. So, haben wir. Ups. Ein Stern. Oh, mein Gott, sind wir gut. Oh, nein. Oh, mein Gott. Oh, Alter, bist du lucky. Bist du lucky, dass die Attacke nicht zu dir ging. Ja, fast. Ja, der hat gescheatet. Oh. Der Gegenstände verloren. Oha. Okay, du bist letztlich runtergesprungen. Weil er es nicht kann. Weil er es nicht kann, kann fast gestorben gegen den. Ah! Nein! Oh, mein Gott. Die berühmte Jump-Attack von unten ist unaufzwingend, aber gegen mich nicht. Oh, wir haben nur noch einen. Bam. Ohn, wieder. Ohn, ja. Schlecht. Vielleicht, weil wir die Power-Ups auch nicht einsammeln. Also, manchmal ist es nicht schaffen, sagen wir es muss. Oh, mein Gott. Weiß Drache. Es gibt Power-Ups oder es gibt, äh, so... ... Punkte. Ja. Ja, nice. Long Range. Oh, das ist wirklich nice. Das ist so unfair. Ja. Lol. Was passiert? Ja, er ist da in eine halbe Stunde, weißt du, noch zum kleinen Ding runtergelaufen. Ich dachte, er kann nicht runterfallen und plötzlich, äh, ging der doch runter. Oder nichts. Egal, ich hab's geklatscht, Michi. Ah, drei gleichzeitig. Let's go. Ne, vier. Let's go, Alter. Ähm. Na komm, das waren jetzt drei Sternen. Ein Stern, wirklich. Wo ich vier Einheiten gleichzeitig gemacht hab. Are you serious? Bam. Guck dir das an. Warte, da unten ist noch einer. Ah, ich muss hier langsam mal rausspringen. Ach, wenn mal. Machu Picchu. Ein Stern, das macht keinen Sinn. Ja, das steht's auch richtig. Oh, wir werden jetzt, wir müssen jetzt für uns beiden. Go up und spielen. Ja. Hua. Ey. Das ist so ein Fake. Der stinkt, der stinkt. Der hat keine Kräfte in den Beinen. Warte, 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 warte. Nein, ich hab den anderen gar nicht gesehen. Scheiße. Ja, du musst eh nach rechts. Das ist Fake. Das ist Fake. Ja, das ist ein Fake-Sprung. Wie, Fake-Sprung? Ich hab ihn abgeknallt und er ist einfach weitergelaufen. Ich hab ihn nicht gesehen. Ja. Sehr cool. Jetzt bin ich wieder unten. Danke, Vici. Ja, komm. Hey. Das ist schon wieder. Nein, pass auf. Du darfst ja nicht vergessen. Guck mal. Du kannst einmal so und wenn du nach unten gehst, wenn du nach unten zielst, dann kannst du weiter nach unten zielen. Wenn du nach oben, also wenn du Feuerkreuz nach oben machst und dann schießen, dann schießt er weiter nach oben. Oh, du hast, glaub ich, nur geschossen. Abgrund ist der gleiche Gegner. Ich muss gar nichts verziehen können. Naja, jein. Es ist kein wirkliches Ziel und es ist einfach nach unten und nach oben. Anstatt in die Mitte. Ja, aber ich hatte ja kein Tutorial. Der hätte zwar zugucken sollen. Ich weiß, was er dann soll. Aber wieso kann ich nicht runterspringen? Naja, so hier dann halt. Wie schlägt man runter? Na, geht nicht. Ich glaube, du musst da zum Runterspringen musst du Dingens freischalten. Musst du nur mit Fähigkeit, also das ist nur mit einer Fähigkeit, kannst du runterspringen, glaube ich. Okay. Und ich bin tot, ja? Ja, ich weiß. Ich bin gecheckt. Oh, Leute, was ist denn der Laser rein? Hä? Was schlägt denn? Ah, jetzt. Hier siehst du. Na ja, warte mal. Oh, hier vielleicht. Naja, das funktioniert nicht. Mach ich mal so. Bam. Okay. Ach, komm schon jetzt, Junge. Oh, Leute, ich bin fast neben drin. Höh? Oh, na. Ich bin viel zu viel runtergesprungen. Scheiße. Michi? Ja, ich versuch's. Hä? Controller oder was? Umgespuckt. Ich hatte gerade das Handy dann. Das ist doch naja. Äh. Äh. Ich weiß nicht nur wenig. Du hast ne Beine, aber auch kein wenig kraften. Na ab. Oh, spring. Weiß. So, ich komm mal. nein oh mein gott vom schlusser vielleicht noch heiß oh ja nice aber nicht gegen mich so 0 sterne wie das wie sie 0 sterne gemacht wenn wir das andere ausprobieren oder warte mal mach mal kurz ins hopp menü ja ja ist egal so also ja stimmt es gibt ja auch es gibt auch online leader wozu so was platz 90 jungen wer du ja es steht doch da das geschah so das war slam und roll ab nächsten geben